Es ist ein Drama für Europa, es ist aber auch ein noch größeres Drama für Großbritannien selbst. Großbritannien muss jetzt gucken, dass es einen Weg findet, aus dieser Situation das Beste zu machen. Wir als Deutsche sollten uns jetzt weiterhin freundschaftlich gegenüber den Britten verhalten und sollten unsererseits die Hand ausstrecken, dass wir zu guten Austrittsverhandlungen mit Großbritannien kommen. Deutschland hat ein großes wirtschaftliches Interesse an Großbritannien. Wir brauchen Großbritannien auch als Partner in der Außen- und Sicherheitspolitik. Also die deutsch-britische Freundschaft ist jetzt gefragt, ganz besonders in dieser schweren Stunde.